Tech-Side Story ist sozusagen, lernen die andere Seite mal kennen. Wir unterstützen Gründer und Gründer uns Interessierte, indem wir Studenten als Start-ups vermitteln. Ein Event, wo wir wirklich die Business-Seite und die technische Seite zusammenbringen. Zusammen so zu brainstormen, zu dritt oder kurz so eine Idee haben und das irgendwie einfach zu besprechen, das ist einfach richtig geil. Hat auch wirklich was mit Leidenschaft zu tun. Man spürt wirklich so, wie sehr Raum pulsiert an Menschen, weil alle so voller Ideen wirklich Feuer und Flamme sind von dem, was sie machen wollen. Ich finde es großartig. Was uns eint, ist, dass wir nicht primär davon angetrieben sind, irgendwie schnell Geld machen zu wollen, sondern irgendwie was zu schaffen, was möglicherweise auch über uns selber hinauswächst und über uns hinaus Bestand hat.